Ja, Gout ist nicht du in Kohorte. Naja, ist kein Gout, ne. Leider. Vielleicht hat der Westen dann doch eine Chance, noch? Naja. Ja. Auf Top 5, oder was? Ich denke, Quarterfell ist das drin. Mehr Benachievement. Ich glaube, ein Team kann es halt wirklich schaffen, fast alle asiatischen Teams zu beurten in SwissDash. Das ist gut möglich, ja. Also, pretty sure ist es möglich. Und die Energy halt quasi fast, ne? Ja, genau. Ja, ist basically möglich, ja. Oh mein Gott, die waren meine Lissandra. Scheiße. Mensch, das ist ja ein Zufall. Die Lona ist auch raus, hey Mann. Ich meine, gar einfach, wo es später kommen. Also, das Ding ist, sie macht primär Magic Damage, aber sie ist vor allem ein Tank. Also, wir brauchen schon noch ordentlich Damage. Also, wie viel? Warte, warte. Also, das ist nicht der fette Must-Word. Schon so ein Tank, so einfach Tank halt. Nein, es ist kein AP-Tam-Kent, oder? Es ist kein AP-Tam-Kent, nein, nein, nein. Das hat er schon oft gespielt. Er ist auch voll stark, auch, by the way. Na gut. Aber, sind das... Doch wieder diese Scheiße auf ADK 1. Es ist besser als das. Kuss. Oh Gott, hoffst du es. Na, was haben wir denn anzunehmen? Ich pick die Lulu für dich. Ich pick die Lulu für dich. Ich sag's, wie sie ist. Tanja, aber Tanja, änder sofort diesen Champion. Tanja, du wusstest nicht mal, was Fähigkeitsstärke ist. Ich will jetzt nicht dein First-Time-Jasso sehen. Was meinen Sie? Zu viel Menschen, zu viel Menschen, zu viel Menschen, zu viel Menschen. Nein, nein, abort, abort, abort. Okay. Physischer Schaden. Also, Leute. Wir brauchen physischen Schaden. Ja, hab ich gepickt. Ach nee. Und was draftet man jetzt hier, damit wir nicht dodgen müssten? Also, ich draft jetzt nicht die Geheimwaffe, damit wir das Game gewinnen können. So, weißt du, was ich meine? Fresh gegen Draven Zillion klingt auch fucking impossible. Ja, aber was willst du picken? Also, ich bin open for suggestions. Ja, es gibt leider nichts. Ich kann auch Orianna Support gehen und du gehst Mitte. Pfeifet. Geh in eine andere Geheimwaffe. Wieso darfst du den jetzt picken? Ja, weil wir physischen Damage brauchen. Da drapten die den Orianna-Kathos zusammen. Wer ist denn so ein Lob? Ist das krank? Ich wollte doch den Yasuo spielen. Also, lass mir gerne sagen, was wäre hier deine Preferred Bottling gewesen? Nein, es gibt nichts Gutes, wo wir den Draft fixen. Es geht einfach nicht. So, wir sind fein, aber ich glaube an, also ja. Nee, wir sind eigentlich auch nicht fein. So, wir werden dann den Zillion hier hitten mit 10 Millionen Move-in-Speed. Nein, wir sind fein. Oh mein Gott. Nee, ist doch nicht mal so, also ist da low-key nicht mal so gut, oder? Ich gewinne einfach, ich bin besser. Ist doch low-key nicht mal, also. Doch, also ich glaube, als Yasuo machst du nicht viel gegen den, oder? Habt ihr schon mal Psan gegen Malfoy Topline gesehen? Nein, wisst ihr wieso? Weil Psan und Malfoy immer bannt, ganz genau. Wir swappen einfach Lane, wir Lane swappen auch. Nein, aber wir swappen erst Lane, wenn ihr Amor gekauft habt. Also erst so Minute 10-ish. Okay? Oh, hast du Grass dabei? Natürlich. Auf Toplane? Natürlich. Na, dann ist vielleicht free, sogar. Natürlich, wir swappen Minute 10, wenn er so Brambo Vestavis hat. Dann geht Oriana Top, Friss eingeschlagen. Ich habe einen Lane-Swap hier. Ach, esse die Sam nochmal. Die fiegen sich jetzt an uns hoch. Hä? Wann kann ich? Wir hätten gerade easy gewonnen. Wenn ihr nicht Botlane den Punkt verliert, dass ihr mit allen Gangs kickt. Ihr, 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 ihr. Nein, 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 nein. Ich heb hier gar nichts. Nein, 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 nein. Hier wird gar nichts hochgehoben. Nein, 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 nein. Ich hab hier gar nichts mit euch, dein Schwanz. Wie ist das Wetter bei euch so? Also wenn Ego ist, Hashtag 187. Nein, legit deren Botlane ist so Pisse. Es war legit einfach mit Gap. Das ist absolut horrible, ja. Ich war 0,8, hab first health verloren. Es ist ein Vayne-UTP. Wir waren fucking doppelte CS at some point. Ja, wo der Wasser. Es war ein Team los, wir haben als Team verloren. Ich denke auch, ich denke, der eine war mehr schuld als der andere, aber trotzdem waren wir ein Team. Ich bin persönlich ein großer Freund von Name und Shame. Also du darfst hier richtig Fakten aufhören. Ja, ihr wart ziemlich scheiße, Bot. Boah, wie kannst du das sagen? Nein, 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 ich würde dich ausklammern. Bro, Mann, ich... Boah, ich kann das alles nicht. Das ist nicht schlimm genug. Kandi, du warst ne geile Sau, bis du einfach dir gegen ein Nash gegeben hast. Bis dahin warst ne geile Sau. Bro, du warst bei dem Nash, ich wollte dir das nicht sagen, du warst bei dem Nash eh tot. Weil hier die Talia rein-TP das, als du hier vom Hacker-Ram geahnt wurdest. Du warst eh tot. Teil des Schiffs, Teil des Teams. Nein, nein, nein. Teil des Schiffs, Teil der Crew oder sowas. Ja, aber warum bist du dann nicht weggeahnt? Ja, weil ich mit dem Hickern gefeiert... Scheiß auf. Mein Bad, mein Bad. Wir fischen jetzt auf What then. Fucking... Wer spielt überhaupt Zillian in 2024? Grandios anscheinend, ne? Actually, ist Zillian eigentlich wieder am Kommen, ne? Ich glaube, ich spiele jetzt alle mit fucking 4 Kindlejam. Jo. Actually, ich will nächstes Game Zillian spielen. Hört so richtig gut an, actually. Meine Geheimwaffe ist ein guter Synergie. Okay, gut. Dann wissen wir, was wir dann... Du lenkst mich gerade ab, ne, vom Spielen. Ich muss gerade drinnen nachdenken, was die Geheimwaffe ist. Das... Wollte ich nur kurz zu sagen. Aber du spielst keinen Warwick, oder? Nein, 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 nein. Es ist AP, Varus. Es ist AP, Tank, Varus. Du gehst Lockets, was weiß ich. Nein, nein, der wurde genervt. Genervt, geht nicht mehr. Gar nie. Hast du mal Patch-Rots gelesen, oder? Nö. Offensichtlich nicht. Patch-Rots sind actually Giga-Lame, weil für Supporten irgendwas Relevantes passiert seit einem halben Jahr. Achso. Was haben sie an Läge-Modern genervt, letzten Patch? Ja, 4 Armor. So, who the fuck cares, trotzdem broken. Oder auf Rell? Movements-Mate auf E. Okay, stopp. Who cares, immer noch broken. Das ist absolut richtig, ja. Hm, schade, Tanja. Meine, der Modelsprocker hat gerade 58 Damage gemacht, nur dass du es wisst. Ist nix passiert. Das ist ja auch echt, also Draven, wirklich, das muss studiert werden, ne? Warum haben wir den eigentlich gerade nicht gebannt? Ja, weil ich blöd bin. Und Renek'n bannen muss, Alter. Hä, wieso musst du Renek'n fahren? Gegen den Champions spiel ich nicht mehr. Warum nicht? Na, gegen den hab ich ein Game gehabt, das hab ich mit meinen Augen, das hab ich noch nie gesehen gehabt. Oh nein, der arme Junge. Warte, dann werdet er dich. Ich komme, willkommen. Hey, was ist los? Da ist ein, schau mal. Ich hab ihm ein bisschen Flash juket. Der ist da aber immer noch drin und macht den gerade, ne? Ja, keine Sorge. Hat der Flash? Äh, nee, den, den hab ich ihm ja weggejuket. Oh, das bei mir. Achso. Gut, dafür haben wir uns ungefähr gerade nur halbe Wave Bottling gedroppt. Ja, aber ihr könntet kurz nochmal hier helfen. Auf gar keinen Fall. Hölle nein. Ich frag mich halt, wann dieser, wann der Q-Skill von Draen removed wird, ne? Das ist echt ein ganz großes Ding für mich. Was macht die Q? Achso, wir sind echt schön vor. Achso, nicht an der Hand, nicht an der Hand. Wie, was? Kann ich das Flash nicht, ne? Nee. Aber das war, also das war auch nicht so Telegraph-Display, dass der Javan-Bot-Set nochmal gankt, nachdem der Bot-Set war. Ja, nachdem wir ihm den Freeze geben mussten, weil wir für dich von No Reason dahin gelaufen sind. Aber danke nochmal, ne? Wie man hast denn den Quats bekommen, hat er auch was wert? Der Regank dich hier. Genau, danke. Alter, ich dachte, ich spiele Flex-Q, weil es entspannt ist als Solo-Q und ich wünschte, ich hätte fünf Solo-Q-Games gespielt. Nein, alles gut, ich bekomme ein paar Top-Side-Games. Junge, nee. Nee, der Javan, was ist mit dem? Ist der Tier-3-Subscriber von Obsess? Du, Freak. Sorry. Hast du gesehen, dass er seine Kombo über die Wand gemisst hat? Ja, ich gesehen, ja. Ich bin für meinen dritten Modelsprock gegangen. Die Rune sagt, ich habe 1180 Damage gemacht. Der Turm hat 300 Damage genommen bisher. Ja, Pre-Mitigation Damage, ne? Wahrscheinlich sogar. Ja, aber ist das geil? Ist das gutes Balancing-Q-Rod-Games? Was würdet ihr sagen? Also wird es jetzt gerade wieder auf Top-Damage werden. Push, 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 push. Ich kenne das, sterbe und wir kriegen Kill, okay? Ja, wir kriegen auch so killen. Okay. Ich glaube, ich bin keiner dead. Nice, Phil. Du bist eine geile Sau. Oh, weißt du das? Crash die Wave? Ich kann mich jetzt trotzdem mal hinter dem Turm machen. Die crash nicht, fuck. Die crash nicht. Ich würde es preferieren, wenn du es nicht kust. Warum waren wir so gottlos langsam? Na gut. Ja, weil ich Jhin-Spiel leider muss nachladen, falls du nicht gemerkt hast. Ja, weil Jhin ist dafür bekannt, dass er im Early-Game nie Prior hat und wenig pusht, ne? Ja, hast recht. Jarvan rappt das, Jarvan rappt das. Der wird sich runter-jungle. Jarvan wird sich runter-jungle und euch Bot-Lane dann töten, ne? Achtung. Oh, bin ich schon base. Bin schon wieder 7 CS. Er ist komisch, nachdem ich in Halberge gejuckt habe für meinen Jünger. Ich bin schon frei. Okay, ganz kurz seriös. Also wirklich. 1200 Damage hat die Rune gemacht. Der Tromm hat 4700 Leben. Like, come on. Warum hat der 85% Damage Reduction? Weil irgendwelche Lanesorts von Botlane top-linen tausendmal nerfen müssen. Warum? Ups, Laterne. Nein, kein Mitgefühl, kein... Okay, ich bin einfach ein Schlenker. Alles klar. Es müsste irgendwie so die Option geben, Top-Lane-White-Noise zu muten. Ja, ja, wunderbar, wunderbar. Ihr seid alles gemeinis. Jarvan, Bot-Sight, Jarvan, Bot-Sight, Jarvan wird Bot-Sight sein. Ich wiederhole das nochmal für euch Bot-Lane, ne? Das Jarvan, Bot-Sight ist. Ich spiele Laterne. Ach, ich hab nicht gemütet gehabt. Scheiße, na, klasse. Was hast du gesagt? Lass es raus. Ähm... Habe ich jetzt wieder vergessen. Ja, oh Gott. Ne, ich hab gesagt, dass... Du hast gerade geogeltet, Phil, hilf mir. Ey, ich würde Glonis Drops weitermachen. Warum? Ja, ist erst ein Mittel, ne? Kann sein, dass ihr Botlane seid, wenn ihr jemand werdet. Wenn du das triffst, dann ist ein fucking Pentakill. Ja, ich weiß, ja. Oh, stimmt. Ja, kein Flash mehr, Top. Oder wenn du deine Barrier benutzt! Ja, ja, ich hab tatsächlich Barrier ab, würde ich ganz sagen, ja. Aber ich bin's halt nicht gewohnt, ne? Ich kann halt nur Smilies hintermischen. Möchtest du kommen und mir eine Dateine geben? Kann ich vielleicht... Kann ich vielleicht noch was für eine Wavegabe? Bitte, bitte hör auf zu reden, ob's das... Bitte hör auf! Na, ich frag ja noch. Danke. So, ich hab jetzt ultimative Fähigkeit. Ich hab ne Schärfe-Chenominion. Ja. So, ultimative Fähigkeit auf Kartus bereit. Nice. Wenn irgendwo was passiert, gerne Bescheid sagen, dann schau ich mir die Situation mal an. Wie so'n Sachberater. Wie so'n Sachberater. Das ist so Peter Zwegert gerade, ne? Die LeBlanc moved jetzt in mich rein, weil die natürlich weiß, dass ich hier am Red Buff bin. Perfekt. Ja, ich werd nicht muchen. Phil, das muss leider... Ich muss auch noch... Ey, krass, dass er da auch genau pixelperfekt in den richtigen Busch reinkommen wird. Die Sache ist, Phil ist halt so Peter Zwegert und ich bin der Arno Dübel von der Gruppe. Deswegen, das passt alles. Wer ist Arno Dübel? Deutschlands bekanntester Arbeitsloser. Boah, jetzt erstmal eingestiegen da, oder? Das Ding ist, das freut mich gar nicht. Natürlich, RTL-Doku, Spiegel-TV-Doku, alles. Du hast ja Zeit, weil du bist einer deiner Homies. Wenn du wüsstest, wie Arno Dübel aussieht und sich anhört, es ist einfach eins zu eins, ob's es. Ja, erklär mal. Nee, muss ich nicht erklären. Jeder, der weiß, weiß. Wenn der nochmal abwalkt in den Tower, höre ich das Flash vielleicht hin, sobald ich... Ja, mach das. Ich hab mein B in 10 Sekunden ab. Ihr könnt da machen, was ihr wollt. Ja, aber Bro, du bist nicht der Turm. Hast du noch die Top-Helf gefahren, Phil? Äh, nee. Leider nur einen Minion davon bekommen. Oh mein... Da, Tony. Ach, du Scheiße. Da, Tony. Grandios. Danke, Chef. Also, nee, so heißer Typ. Wird das ja so, dass er so Karma gewesen ist, wenn du das einfach alles gemisst hättest. Aber trotzdem, gut Job. Ich bin stolz auf dich. Hey, war gut gespielt von der Tony, dankeschön. Dreamwork möchtest du... Nee, Teamwork makes the Dreamwork, ne? Ja, ja, es haut rein. Tut mir leid, Sanja, meine Schuld. Mach mal Ulti, die ist tot. Safe, safe. Nein. Trust me, doch, doch. Ist vielleicht nicht tot, naja. Nee. Na, jetzt ist sie vielleicht tot. Wer ist die echte? Ich weiß gar nicht, wer die echte. Nee, die ist... Nee, guck, die ist nicht tot. Nee, die ist ja nicht tot. My Might requires assistance. Ja. Tut mir leid, auch Top-Lane meine Schuld. Tatsächlich. Ich bin nicht sauer, ich bin noch nicht enttäuscht. Ich bin aber nur tot inside. Ich nehm das aber auf mich. Das ist mein Bet. Das ist mein Bet. Äh, Zillian hat kein Flash. Draven würdest du bestimmt gleich rausfinden. Okay, perfekt. Dann krieg die UF nicht durchgepusht, alles ist zu schlimm. Ich würde hier gerne den Drachen starten, Leute. Wie sieht's? Warte noch eine Wave. Warte noch eine Wave. Warte noch eine Wave. Warte noch eine Wave. Kann starten. Weil du so nett gefragt hast, komme ich auch dazu. Ich hab den da auch schon ein bisschen gechunked. Und ja, nach Nachfrage, ich bin tatsächlich Montana Black. Ja, das ist richtig. Also. Warte. Einfach besser. Muss ich ihn für dich beleidigen? Ich kann's tanken. Ich hab hier schon ein schlechtes Image. Nein, du warst kurz. Äh. Wie alt ist so eine Freundin? Ich bin für dich dabei. Äh. Die hab ich tatsächlich nicht. Besser Isis. Sie lernt noch heute. Laterne, Laterne. Oh shit. Ich dachte wir kriegen den noch. Ja ich hab Flay. Hook in 2. Hook in 2. Keep him Crispy. Uuuuhh. Stark Phil. Ja. Oh nein. Scheiße Tarni. Das ist tatsächlich in Ordnung. Too wrong. Wie sind wir jetzt von einem Obdachlosen zum Montana Black gekommen? Weiß ich nicht. Die Stimme klingt schon bisschen ähnlich. Die klingt überhaupt nicht ähnlich. Doch. Oh ja. Der hab ich auch. Ganz lange Lentern. Schade. Lass mir den, lass mir den. Also ich kenn diesen Arno Dübel kenn ich nicht. Aber Bissinnigkeits mit der Stimme und der Monte ist halt da so. Gank. Oh mein Schuss. Okay. Ja warst du gut in Matta Opsi? Ähm. Dezent tatsächlich ja. Also ging. Ja war ein Bot. Ja war ein Bot. Die können World Cup starten. World Cup starten. Ich beginne schon mal. Noch ein Gank brauchst du oder? Draven? Warte gewinnt sie ja. Äh. Okay. Ich bin auf dem Weg nach unten. Ich bin auf dem Weg nach unten. Ich bin auf dem Weg nach unten. Ja. Ich wollte auch endlich mal eine Shockwave treffen. Warte mal. Ja da. Bitte warte 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 warte. Bitte warte warte warte. Bitte warte warte warte. Ich hab ihn krank. Ich holg mal die Wave, ne? Ein schabendes Bot, Leute, ne? Passt auf euch auf. Ja die Blow kommt auf Bot Lane. Nimm doch. Okay, okay. Gut Job. Ja jetzt lass mich doch mal ausreizen. Richtig gut. Richtig gut. Ich will das spielen. Ja mach mal. Die Leblanc ist auch da. Die Leblanc ist auch da. Oh die Leblanc ist auch da. Nee die ist wieder hier. Nee die ist wieder hier. Wave ist weg. Das ist aber auch ein harter Spell zu treffen, ne? Unironisch wirklich. Jaja. Also das ist wirklich. Ja. Wir könnten Top Lane wieder aktivieren. Ja. Er hat noch Ult und alles. Mal gucken. Das wird dann immer interessanter. Aber. Hör mal was drum nehmen. Ich find Draven ist dadurch gebalanced, dass er nicht sehr immobil ist. Ich kann nicht mehr hitten. Ich kann nicht mehr hitten. Äh ja ja. Warum nicht? Pass auf, ich clear den Wort noch. Leblanc kommt auch nach oben. Leblanc kommt auch nach oben. Also. Ihr seht Leblanc, Barrett. Ich spiel nur Lazerne, ne? Jarvan wird eh gleich wieder raus. Ich spiel mal. Habt ihr echt nicht gerade sieht, du hast Abs recht. Schön. Norbert. Sechs Volkarbeit. Fünf Platten Top. Ich glaub wirklich, wenn wir 2v tun, müssen wir die Silien Ult auswarten lassen. Ja. Aber der hat grad einen vollgestackten Ding in der Tankt. Okay, warten, 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 warten. Auch so, du kannst Basen. Ich kann WFK one. Okay. Ich hab gleich Ult. Ja, 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 ja. Ein Flash Igniting gleich. Leblanc sind durch. Leblanc sind durch. Leblanc sind durch. Okay. Leblanc ist gefeedet. Ja. Ah. Ekk, dein Kill, gut. Okay. Oh, wait. Actually, ich geb Silien den Kill. Ja, ich hab nicht, sorry Phil. Ich hab nicht gesehen, dass sie Leblanc ist. Ne, das ist voll in Ordnung. Ah, das Eri, rettet sie nicht. Gott, das ist ein Flash. Aber actually, das Game sieht so viel besser aus. Mh. 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 Real Madrid gegen den VfB Stuttgart heute Abend. Wie schaut's aus? Was habt ihr? Äh, 3-1 VfB. Sehr stark. Weiter in die Runde, bitte. Äh, League of Legends? Äh, nee, in der Champions League. Tatsächlich Fußball. Äh, Dominion wurde abgesetzt. Tatsächlich. Können sie nicht drauf spielen, leider. Einfach rauf. Ich glaub, wenn Stormfury Rail pickt, glaub ich, gewinnen sie noch höher. Also, dann könnt's vielleicht sogar ein 3-0 werden. Ja, ist aber meistens gebannt, ne? Der Uli ist auch immer raus. Ja, deswegen glaub ich auch, dass, äh, Ember P, Zilean. Schon sehr scary auch. Klasse. Joa, ich würd einfach mal nach, ach, ne. Ich würd einfach, also ich würd hier wirklich ungern gegen die Leblanc gewinnen tatsächlich. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ich fühl mich auf top 9 ganz wohl. Leider wäre gut. Wir haben leider wirklich keine Wahl, ob's das. Ach, ich verliere wieder nen Töd. Den, 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 den Dragon contesten wir aber, oder? Ihr habt TP dafür? Ja, ja, ja. Lass doch mal spielen, lass doch mal spielen. Ja, ja, ja. Ich hab TP dahinter, ich hab keine Ulti, aber wir machen das. Also, ich bin gar nicht da, aber ihr habt das. Kannst du den Watt hiten? Okay, können wir nicht. Ach, wir haben 3. Oh, ich hab keine Ulti. Das ist nicht guter Fight, Botline. Oh! Viel Spaß. Wie, du TP's mit Wave? Ist das ein schlechter Fight? Warum hab ich die Laterne genommen? Ja, das war ein Pitch, Pitch, Pitch. Nein, du warst so oder so tot. Hier war ein Jarvan, also. Es ist der Fall, es hat Terrier und kein Turm da. Ich hab keine Ulti. Ja, ich hab wirklich kein Turm. Ah. Klasse. Aber dafür düse ich Mitte rauf. Die können jetzt natürlich Drake skippen und zu uns kommen, dann wäre problematisch. Aber das machen die nicht. Melfight hat geultet. Melfight hat geultet, Botline. Ja, ich hab gesidestappt. Alles gut. Ich cheat noch eine Melf. Ich glaube, der überlebt nicht ganz, oder? Wollen wir es zocken? Ah, warte. Schlecht. Kannst du noch einen killen? Ja, zeig ich, wo es gemäß ist. Fuck, nie. Okay, Autofill. Okay. Ja, aber... Leider nicht. Ja, also wenn ich nicht greedle für Demodisch Brock oder so, kann ich auch mal früher einsteigen. Warte. Ja, aber war ein geiler Zock, also. Ja, meine erste Kombo war gar nicht, dann hab ich ja zwei Qs gemisst. Die sind base. Die waren alle low. Das ist sehr gut. Lauf, River runter, links ist in der Laterne, wenn du das kommst. Die Wolf kann ich nicht pushen, aber... Meine sechs Warcrafts are doing their work. Wieder so eine saftige Yasuo-Oriana-Kombo. Willst du zu Sightline gehen? Toll. Ich spiel ganz Sightline-Sightline, ja. Ich bin useless für den Moment auf Teamfights. Na gut, weil ich sie mich nämlich auf keinen Fall gegen die Del Blanc zu irgendeinem Zeitpunkt von gehen. Ich kann die auch playen. Sie ist favoured gegen mich, aber ich kann auch playen. Mal sehen. Boah, das lang geht. Das hat vier Rotationen, ne? Ich muss einfach viermal nachladen. Ist das krank. Ist der Jungler echt Flating? Der outjunglet einen Challenger-Jungler. Ja, der ist tatsächlich einfach sehr gut. Mit der Proppishwind wird er. Dann wird Europa und Worlds gewinnen, Mann. Jackie got them love. Ja, keine Ahnung, wir machen das. Ich hab Öl für unten ready, aber noch killt da nix. Ich bin auch auf dem Weg, aber dauert noch. Soll ich dir einfach vertrauen und ulten? Ach komm, ich vertrau dir einfach mal. Bitte enttäuscht mich nicht. Du bist aber auch ein geiles Stück Fleisch. Mal ganz ehrlich, also wenn ich dich so abwertend ausdrücken darf. Darfst du, darfst du. Objectify mich. Ja, du bist ein richtig geiles Stück Fleisch. Wär doch kein Fleisch mehr. Dass ich so gerne durchkneten würde. Nice, Mann. Wollen wir mit midlane? Ne, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber nur du. Keine andere Lobby, bitte. Nur ob sie es. Nein, jetzt gibt's ne 2-Klasse. Ich hab mich an. Immer. Nein. Ich hitt einfach mit weiter. Raus, raus. Charmins 3-Spot. Nicht gut. Ich hätte Laterne, wenn ihr noch weitergeht. Nein, ist einfach nicht gut. Einfach ein schlechter Play. Ein Bad Tempo West. Kannst du mir trotzdem wieder Laterne zuerst? What the fuck? Sehr stark, Tanja. Gut, gut, gut. Die ganze Sequenz war stark von dir. Hat keiner gesehen. Ah! Wär gut auch noch gedodged. Von Ovaro. Ey, ich kann außerdem nicht Mitte, wenn der Seeländer ist und mein Thresh nicht. Das war gerade wieder crazy, was er abgezogen hat. Ich hab mich nicht bewegen dürfen. Hat der Egoist noch Sams? Ähm, ja. Tatsächlich schon. Ich bin da. Wir sind alle hinter denen. Ah, toll. Komm mal her. Zwei Sekunden hoch. Ich mach den langen Weg. Arvin? Alter, der Cancel, Kani. Schönes Ding. Weiter, weiter, weiter. Schöne Sache, Harry. Ich hab Flash und 3. Boah. Oh, den vierten. Boom. Komm zu mir! Da hilft halt auch nix, also. Ich hab noch Lockett und Laterne. Jetzt zu Maria. Jesus, Maria. Ich bin, ähm, auch da jetzt. Ja. Äh, der Dream hat kein Freize, weil ich das weiß. Laterne, Laterne, Laterne. Schön. Oh, strong. Ist das eigentlich, ist das der Yasu-Skin oder warum sieht das so aus, dass du den Champ actually spielen könntest, Tolkien? Hä, ich kann den Champ spielen, what you mean. Okay. Ich bin so froh, dass es nicht Tanja Yasu geworden ist. Darf ich das kurz einmal sagen? Es tut mir leid, Tanja. Ich hoffe, du nüsst mir das nicht übel. Nee. Wir sehen uns. Das war einer meiner ersten Pro-Play Champions. Crazy. Boah, was macht ihr? Ich hatte nie das Vergnügen, oder? Du hast nie das Vergnügen, nee. Aber ist nicht bad, ist nicht bad. Ich komm, ich komm mal. Also, Uga, du mordest keine Mana, aber halt auch hoher Powered, ne? Äh, ich hab jetzt kein Mana. Ich hab kein Mana mehr, all you guys. Halt objektiv, ne? Ja, ja. Ich geh base. Wir sollten base für Drake. Wir haben schon wieder Most-Kills. Das ist ja geil. Ich hab ne Vermutung, tatsächlich. Willst du das hören? Äh, nee, bitte nicht. Manche Disinger sollten auch für sich gehalten werden. Ja, passt. Lass ich doch mal so stehen. Ich bin arm, ich brauch Geld. Ja, alles gut. Ich spiel ein Low-Eco-Champion. Ich hab Rival Fire fertig. Ich mach hier ne kleine Mückenstecher an die Gegner. Irgendwann wird's schon wehtun. So, wer von euch will meinen Night's Wow haben? Nicht ich. Also, wenn du Teamfightest wahrscheinlich... Gibt's Tolle. Oh, schade ich schon, ich, ja. Tolle. Darf ich dich auch Tolle nennen? Ich würd dich auch gerne Tolle nennen. Darfst du, darfst du. Geil. Wie gesagt, nur Tiernamen darf nur ich geben. Na, das ist fein. Die kommen alle, ne? Jetzt seid gleich. Lauf, 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 lauf. Tanja, hier nach oben, hier nach oben? Äh, okay. Äh. Wollen wir hier noch? Nein, auf keinen Fall. Also, okay, okay. Mit Phil, ja. Ich bin voll drauf. Nein, 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 nein. Deino ist fein. Deino ist komplett fein. Oh, ja, komm. Weiter. Oh, jetzt treffen wir irgendwann. Oh, die Hooks sitzen aber auch nicht. Der Vierte trifft. Nice, Team. Alarm, 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 Alarm. Einmal Nashen. Auch kein Call Nashen, oder? Doch, klar. Ist guter Call, ist guter Call. Ein Call, ein Team. Ja. Der DP in 15. Der kommt nicht in Pit. Der kommt nicht in Pit. Ich glaube, er wird aber Action nicht geultet, ne? Aber ich glaube, das ist... Also, ich hab... Ich hab auch keinen Smite Radiant. Wer tankt? Ja, abo, 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 abo. Abo, 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 abo. Nimm das Handy noch wenigstens, ja. Ja, er kann ich. Oh, ja. Nicht gebot. Ich DP mitte, Drake fight. Let's go. Ja, ich würd hier noch ganz kurz die Wave mal pushen. Boah. Nicht die nächste auf jeden Fall. Äh, ich komm dann. Boah, das ist wirklich ein klasse Thresh, den du da aufspielst. Stopp hast du nicht, dass du ihn nicht machen, ne? Danke, Schatz. Gleichfalls über den Kartus. Champion ist aber low-key stark right now, oder? So gefühlt. Ich weiß nicht. Ich hab immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich Thresh picke und nicht Leona. Es ist... Ich bin in Solo-Q geforst, jederzeit der Game einfach Leona zu spielen, weil Team nur Range Carries pickt. Ich würd den auch viel häufiger spielen momentan, aber es ist irgendwie cringe. Weil du kannst Thresh nicht Solo-Engage, Solo-Frontline spielen. Wär gleich da. Perfekt. Ordnest du selber rein jetzt hier, wenn wir können. Warte. Oh, ja. Good try, good try. Ey, lass den Nash spielen, oder? Ey, ich kann den tatsächlich marken. Ja. Gib ihm. Na, na. Okay. Aber nice try. Äh, 8 Sekunden hab ich den nächsten Versuch. Äh, ja, lass hier einmal rein. So. Oh, ich hab Flash tatsächlich für die Meister durch. Ich will hier oben noch. Boah, ich hab so Bock. Ich glaub hier wird grad... Achso, da wird gar nicht gefeilt. Schade. Aber wir können ihn jetzt fighten. Ja, ja, ja. Wir haben keine Shockwave gerade, ne? Ist nicht so geil für mich zu fighten. Äh, Phil und ich sind drin. Wir sind drin, oder geh da rein? Ich bin fein, ich bin fein. Pyjama gecancelt? Boah, das sieht so schlecht aus. Boah, das sieht so schlecht aus. Jawohl, die noch. Kann wir noch machen? Ich hab hier ne Meister. Oh, Flane da rein. Oh, ja. Sehr schön scheiße. Ich hab am 4. Okay, ich hab am 4. Ah, scheiße. Das war zu Maxen-Range. Ich mag den Rang. Nimm die Laterne. Jetzt! Ja, ich muss kurz... Oh, was? Was war das? Ich hab dir nicht vertraut, Kani. Sag ich ehrlich. Mein Wett. Das ist so traurig. Schade. Sag ich auch ehrlich. Ja, hab dir nicht vertraut. Ich verzeih dir, wenn du das noch... Äh, okay schon. Ich hab dir nicht vertraut. Ich hab dir nicht vertraut. Ich wusste noch nicht, dass du Flasher hast. Ich wollte meine eigene E-Spiel noch Q vorher stacken, aber du hast eigentlich reingeflasht, deswegen mein Playtest ist zu spät dann. Malwett, Malwett. Banger Game, Alter. Wenn wir noch ShopGave hätten für solche Fights, imagine. Penta-Kick. Nein, nein, ist wirklich ein... Ist ein gut für uns. Ja, actually, wir verlieren keinen Fight, wo ich bei euch im Backline stehe. Ich hätte nicht mit Filz lenken sollen. Ja, das ist unloosable. Äh, mein vierter Shot hat 100 D-Damage an MFG gemacht. Ich hör den halt auch nur, wenn ich Abop in Google gefunden habe. Also macht mit der Aussage, was ihr wollt. Ne, ist tatsächlich unloosable, das Game. Ich denke auch, es ist unloosable. Ich glaube, es ist fucking monsterfett. Ich geh Botdance mit pushen. Wir können nicht nashen. Wie hat der Draven denn schon wieder 3,5 Items? Schon 10 Kills! Oh, Mitte? Ähm, ähm... Haben wir eine Laterne? Ja, wir haben die Zeit, dann auch ne? Ich habe... Draven roll kommt. Richtig. Aber... Aber... Damage? Anyone? Anybody? Weil wir haben wirklich gar keinen Schaden. Aua! Ja, der Fight hat noch... Ah, my bad I guess. Aber der Milch und der Kathos ist nicht so easy, denke ich. Ja, es war my bad. Spiels low, spiels low. Boah! Oh, big damage. What the fuck? Big! Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Danke Team. Ich finde es meine Motivation. Ich fühle mich sehr motiviert. Ja, das ist gut. Mehr kann ich auch nicht bieten. Ich chase den Draven. Ja, warte so. Der dürfte eigentlich wieder Ulti haben, ne? Obacht. Achso, ja, dann ich. Ja. Boah. Da ist direkt ein Reptital reinkommen ins Ohr, ne? Wir spielen Dragon, oder? Ja, nee, du kriegst ihm erstmal eine Laterne her, oder? Würde ich sagen. Braucht er? Oh. Ja, ja. Was ist für ein Stöhnen? So frustrierend gegen Zillian zu spielen. Ich wird zur Laterne nicht. Warum denn so voll jetzt weg? Jetzt bin ich tot. Sieben Sekunden. Du warst aber nur daneben für Moralsupport, ne? Scheiße, bin ich jetzt auch noch tot? Nein, du bist fein. Du bist fein. Oh, der hat mich exkliniert. Also, okay. Meine Sitzis reduzieren. Die Effekte ist also so bei 25%. Also, ich fahrt nicht weiter gar nicht. Ja, aber ich? Also, ich meine, ich will doch auch nicht, aber... Keine Uti auf Jarvan. Keine Uti auf Jarvan. Keine Uti auf Jarvan. Stark, tolle. Okay. Wunderbar. Tolle Number One. Kein kleines Erdnischchen. Stark, meine Erdnisch. Stark, meine Erdnisch. Das geht irgendwie. Stark, meine Erdnisch. Let's go. Oh, okay. Tolkien, ich würd' ich grad gerne anfassen. Let's go. Das sag ich dann auf unserem Team. Das war so clean von uns. Ja, war wirklich sexy, Alter. War ein Schmackofatz. Das war wirklich... Gecancelt mit er? War aber sehr lucky. Es war nicht im Internet. Opses, du weißt, dass ich dich sehr liebe, oder? Opses? Schau dich mal in die nächste Lobby rein. Die kommt noch rum rein. Du hast noch nicht alles gesehen. Ich hab noch nicht alles gesehen. Du hast noch nicht alles gesehen. Das ist geisteskrank. Lol. Ich hab ein ganzes AI gekauft. Ich bin jetzt OP. Ich geh kurz ein Minigame machen, okay? Oh, oh. Hier sind halt ganz viele Infernal Senders. Achso, ich dachte. Okay. Es sind immer 50 Gold, oder? 25 oder 50? 50. Wait, die geben Gold? 50... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Least Support Moment ever. Ist kein Problem. Großartig. Wait, what? Wodüber reden wir? Die Flamme ist ein Ability Haze. Und ein Ability Haze ist 50 Gold wert. Achso, meint ihr? Okay. Ja, nee. Das wusste ich. Okay. Warum bist du ein Ability Haze 50 Gold wert? Naja, hochgerechnet am Glowing Mode nehme ich an, oder nicht? Boah. Sehr stark. Weißt du, ich dachte, du bist viel jünger als ich. Tatsächlich. Boah, weißt du, wie alt bist du, ob das? Ähm, ist doch erstmal egal, oder? Mit Tashi, wer fast den Stream gerage quittet, als er erfahren hat, dass wir gleich alt sind. Ja, ich weiß. Ich habe das Ding wieder gesehen, deswegen weiß ich auch, wie alt du bist. Crazy. Nee, ich glaube, es gibt Real Talk niemanden, der mich richtig schätzt. Danke, Tolkien. Machen die dich alle älter oder jünger? Nee, die denken alle, ich bin 42, Tanja. An dem Punkt jetzt, jünger geschätzt zu werden, wo du bist, Kani, ist doch voll geil. Ja, nein, ich finde es auch geil. Deine Haut ist geil gepflegt, deine Augenbrauen sind geschwungen, deine Haare voll, mein Thresh ist geil. Ja, Mann, volle Haare. Ja. Äh, ich kann da aus einem Filmfilz tatsächlich, also. Wie kot de pie? Ja, ja. Du, also drei Tagesurlaub, wenn du mal Zeit hast, also. Lentern 3. Kann dir den wirklich ans Herz legen. Ja. Kannst du mir gerne Hotel oder die Klinik durchschicken, ne? Äh, ja, bioherrklinik.com tatsächlich. Also, Moment mal, das ist nämlich der Abteil, also, ich habe nicht bezahlt. Ich hatte den Schritt nicht bezahlt dafür, also. Dann mache ich das vielleicht doch nicht. So. Okay, das geht mit, echt viel Spaß. Du machst nur so viel Ball, warum mache ich so wenig Damage? Ja, ja, mache. Er hat wirklich Bock gemacht, echt schön. Let's go! Das war ein Bender-Game. Nächstes Game bitte in der Dräden-Bahn. Und dann, äh, packe ich die Geheimwaffe aus. Wieso hat jeder von euch ne Geheimwaffe? Warum spiele ich so selten Fresh in so Lippen? Guter Zock. War ein guter Fresh, ja? War stark, stark. Here I go again. My, my. How can I resist you? Das ist der Unterschied, wenn sich zwei Leute Mühe geben, nicht nur eine Person, ne? Ich bin älter als Obsess, ist das, was ihr mir sagen wollt? Ja. Das ist krass. Älter und die Hälfte meiner Punkte. Muss man überlegen. Du hast krank. Das Ding ist, nur eine dieser beiden Informationen tut mir wirklich weh. Ja. Warte, welche? Ja, natürlich die letzte. Es sind die, es sind die Punkte, oder? Ja, natürlich ist es die letzte. Du musst ja jetzt wissen. Sag mal Obsi, warum seid ihr eigentlich nicht aufgestiegen?